Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Master Builders heute mit Shader und Optifine und natürlich auch mit Texture Pack warum denn auch nicht Twitch Glaubt das heißt so quasi Farm also ich bau einfach mal hm ah ne hm 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 das müsst ihr ohne scherz nix aber doch ihr macht das jetzt ich hab nicht mal zmet ja gut hab ich aber ich krieg den selbst nicht Horst Ey, Stroh Wieso liegt da Stroh? Das könnte ich mich halt gerade wirklich fragen Wieso ich da Strohlen gepackt hab Aber den Nachsatz sag ich lieber nicht Oder eher die Nachsätze Ich trau mich, die auch nichtmals auszusprechen Ey, wie viel Zeit? Äh, okay Hier ist ein Loch in der Wand Na gut, ich hab mir's besser vorgestellt Aber mit der Zeit allgemein Kann man halt Nicht so ne Scheune bauen Also nicht so ne Wie ich mir vorgestellt hab F300A Ganz schnell Da so Ein Steinweg Okay Was hab ich da grad hingerotzt Auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall auch besser als meins Hustost Das ist alles nicht Eisendommel Okay Ich glaub das heißt, äh, Schloss Ich hätte dahin Ich hätte dahin schreiben müssen Ich bin ein Deutscher Ich glaub meins wird er explodieren Eine Brechzange Das mach ich immer gerne Okay Ich hab's lieber nochmal gemacht Was ist das für ein Schlosser? Da kann man durchflegen Das ist ein Delfin-Spring-Ring Nennt man das so? Was heißt über Wrench jetzt? Ernsthaft? Heißt das wirklich Schlüssel? Äh, was hat Was heißt das? Wrench is key Okay Okay Ach, da ist doch noch was Klempner Okay It's okay Wow Das ist ja sehr einfallsreich Amazing Ja, wer hätt's gedacht Wenn er amazing schreibt Wer kann's wohl gebaut haben? Wow Wow I am a Germany I am a Germany My eyes are bleeding Als ob der gewonnen hat Mag kein Englisch Englisch Ja, auf jeden Fall Englisch Ich verreck hier gleich Gadgets Gadgets Anabal I have anabal I have a Baddegels Anabal Baddegels Baddegels Was passiert eigentlich Wenn ich Ich will nicht sterben Äh, 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 puh Ne, das machst du nicht Oh, ja, auf jeden Fall Aua Ich werd geschlagen Die Enderperlen schlagen mich Wusstet ihr, dass Enderperlen Enderperlen heißen Und nicht Enderperlen Das ist halt so Leute, hört ihr mich noch? Leute, falls ihr mich grad nicht mehr hört Falls ihr mich nicht mehr hört Ich mache jetzt, 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 ähm, eine Schnee Schnee Loke Falls ihr mich noch hört, dann Dann kommentiere ich einfach weiter Aber Ich kommentiere jetzt einfach weiter Und, ja Falls Es nicht so ist, dann Also, falls Das Mikrofon grad ausgesteckt wurde Dann Ja Ja, aber ich glaub, weil, ich glaub schon, dass es schon funktioniert, aber Sicherheit. Ich hab da irgendein Kabel rausfliegen sehen und, äh, so, rausfliegen, ja, sehen. Und, ja, wer weiß, wer weiß, was das für ein Kabel ist. B, das ist jetzt so mein, äh, Stromkabel. Das wär jetzt sowas von fehl, wenn das mein Stromkabel ist und mein PC gleich abschmiert. Hä? Was baue ich hier? So, das ist richtig. Ähm. Hm. So. Nee, das passt nicht. Leute, man erkennt's nicht, aber es soll ne Schneeflocke werden. Ich glaub, so ist es richtig. Ja, das ist richtig. Seit wann kann man, scheinbar kann man, kein Schnee mehr auf Eis platzieren. Früher ging das. Ja, ja, Teppich kann man platzieren. Was für ne Diskriminierung. Diskriminierung auf jeden Fall. Ich bin auch so ne Diskriminierung. Bin ich. Ähm. Let's go. Hmm. очки. Ähm. Nee. Alles. Ja. Ich hab's noch geschafft. Das ist jetzt die beste Schneeflocke der Welt. Erkennt man ja. Puh, ja. Wow. It's okay. Ist so quasi meins. Nur, dass meine größer ist. Und... Ja. Meine halt nicht aus Schnee. Das fällt mir grad mal auf. Meine Schneeflocke ist nicht aus Schnee. Okay. Eisendomme. Okay. Wie... Wieso ist das so... Wolle gebaut? Wieso liegt der Stroh? Was laber ich? Bin ich dumm? Ich hab glaub ich grad nicht gewertet. Gewotet. Okay. So. Gut. Ja. It's... It's gut. Gut. Tries... Triesat. Dieser Deutsche. Ich hasse Deutsche. Ich mach jetzt ein Distrikt gegen Deutsche. Ihr Deutschen isst gern Kartoffeln. Bei uns in Australien essen wir gern Spinnen. Nee. Ich glaub die Spinnen kann in Australien nicht essen. Ja. Mach dir Mut. Ich. 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 Ja. Ich heftig. Wow. So much. Wow. Möchte ja nicht schummeln. Mhm. Russ. Äh. Ich hab nicht mal hingeguckt. Let's now, let's now, let's now. Übrigens. Wenn ihr mich noch hört. Wollt ihr bald mal äh. Mehr. Also mehr. Videos mit Shader und Opti-Fine. wenn ja das wird vielleicht dann öfter kommen aber okay deshalb richtig gut in Sachen bauen merkt man ja wow so much so much so much amazing so much of it amazing was war das was sind das für Partikel ja wahrscheinlich Eisendombe was wollt ihr mich grad verarschen ohne Scherz warte wenn ich mich mal ganz klar daran erinnern guckt euch das einfach noch mal im Video an war war dieser Eisbär nicht der der ein Schneeblock hin getan hat war das nicht der guckt einfach noch mal nach und und ja hau rein und tschau